was ist da vorne los die gebäude sind alle in luft für mich steht was hier los da steht ein jeep achtung ein bisschen hoch und die gebäude ist gespawnt die gebäude so weit bis man es mit mir haben dann können wir den jeep da unten nehmen jetzt aber okay halt an kommt ein bisschen jeep ist daneben die ganzen gebäude da oben sind alle in der luft bei mir praktisch erst mal heilen halt ich habe keine meds echt bitter ich habe fünf verbände willst du verbände zählen für mich nicht als meds ja aber es heilt zumindest ein bisschen leben die habe ich auch aber ich als meds verstehe ich booster und first aid jetzt das ist ein bisschen weird hier also richtig weird und ja wohl heck nice wo geht ihr hin ins haus da brauchen wir jetzt hier hast du mal ein painkiller hat das ist creepy da oben also eigentlich sind ja noch nicht mal gebäude nebenan nach süden südwesten also eigentlich sollten hier gar keine gebäude sein wo hier ich stehe hier gerade direkt unter gebäuden doch ja nächste 200 kommt wieder auf jetzt ja TC go 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 go